Die Schule ist ein Abbild der Gesellschaft. Nur wenn es uns gelingt, im gegenseitigen Dialog gemeinsame Wege zu gehen, sind wir erfolgreich. Als Präsidentin der Schulbuchse ist es mir ein Herzensanliegen, alle Anspruchsgruppen ernst zu nehmen, gut hören zu hören. Ich bin der Hauptverantwortung für die ganze Schulbuchse und somit schlussverantwortlich für die Kinder, die Lehrkräfte, die Schulleitungen, die Rektorinnen und die Eltern. Der Dialog ist mir sehr wichtig. Ich sehe aber auch, dass es nicht so einfach ist, alle Anspruchsgruppen gleichermaßen zu erreichen. Die Lehrkräfte haben ihre Teamsitzungen, wir sehen uns dort und an verschiedenen Veranstaltungen. Die Schulleiter treffen in der Schulleiterkonferenz und in verschiedenen Sitzungen und Workshops mit der Schulkommission. Mit der Rektorin pflege ich selbstverständlich einen intensiven Austausch wöchentlich. Die Eltern und die Schüler erreichen wir mit regelmässigen Umfragen. Da gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten, die wir immer wieder diskutieren. Das optimale Gefass haben wir aber noch nicht gefunden. Es ist für mich klar, nur gemeinsam werden wir das Projekt Schule erfolgreich in Zukunft führen. Nur gemeinsam wird die Schule für unsere Kinder ein Erfolgserlebnis. Nur im gegenseitigen Verstehen wollen, genau herhören, ernst nehmen, Verantwortung für eigene Bereiche übernehmen, erreichen wir wirkliche Qualität der Schule.